Ja, hallo Freunde des Assassin's Creed Odyssey, Ultimate Edition. So, ihr seht, ich bin hier auf der Insel Salamis, okay? Und, ja, es gibt zwei Gründe. Einmal, weil die gerade da ist, weil sie da ist. Und deswegen, ja, ich will da jetzt endlich mal vorwärts kommen mit meinem Speer. Ja, und, ja, dann schauen wir jetzt mal, was da noch so anliegt hier. Ja, ich muss wieder neu sammeln. Ich habe mein Schiffchen einmal verbessert. Und, ja, das ist natürlich, die kosten ja jetzt eine Schweine, Schweinekohle, ey. Ja, auf jeden Fall. Ja, 14.000 war das jetzt. Und das nächste, weiß ich nicht, kostet, glaube ich 40.000 oder irgend so, weil ich habe keine Ahnung. Okay. Okay. Aha. Okay, was ist denn da jetzt? Okay. Gut. Bist du bescheuert, oder was? Boah, jetzt habe ich Sahne gehabt. Ja, jetzt habe ich echt Glück gehabt. Und genau jetzt muss der da eingreifen. Ey, scheiße. Müssen wir mal kurz meditieren. Ja, weil es dunkel wird. Genau. So, jetzt brauche ich meine Antatfähigkeiten. So. Jetzt muss ich gucken, von wo ich angreife. Wissen wir, ich gehe erstmal hier rum. Ja, da unten sind auch noch welche. Aber die interessieren mich jetzt nicht mehr im Moment nicht so. Ich möchte das hier. Ja. Anführer. Nein, alter, bist du bescheuer, du Kuh. Warum geht die nicht hoch? So. Passt du weit? So. Müsste doch klappen. Scheiße, hilf mir doch bei ihr ist nicht mehr notwendig. So. So, da mal runter. Ja, mach das. Trottel. Du hast gar nix. So. Und was du hast. Voll honk. So, jetzt hole ich den einen da noch weg. Und dann hier bin ich. jetzt stirbst du. Ja, später. So, in einer Stunde ungefähr. Einmal. So, jetzt gehen wir hier in aller Ruhe durch. Und werden natürlich alles looten, was geht. Nö. Würde ich da sagen. Ich wusste gar nicht, dass man auch oben da, auf den Dingern da oben drauf. Ist echt der Hammer. Ja, das sind große. Ja, das sind große. Das ist schade. Aber jetzt muss ich doch nochmal hier oben hingehen. Weil da haben wir ja gerade auch noch was gefunden. Ja. Da lag dann nämlich. Oh. Aha, da unten. Mhm. Alter, da ist auch noch was. Das sehe ich gerade. Mhm. So, das war's. Ja. Nee, aufheben. Aufheben tue ich ja gar keinen an. Guck mal, da ist noch was. Ah ja. Gut. So. Und ich hatte da unten noch irgendwas gesehen. weiß gar nicht, ob das... Aber da ist ein Schatz und ich will den Schatz haben. Ja. Nee. So. Dazu brauche ich die andere Fähigkeit. Fünf. Eins hab ich nur. Nee. Das geht nicht. Noch nicht. Ich bin zu weit entfernt. Ja, das geht. Komm ein noch. Oh, das werde ich genießen. Mhm. Meinst du, wie ich das jetzt genieße hier? Und tschüss. Ja, ja. Das brennt jetzt schön. Ja. Könnte ein bisschen zecken. So. Und du haust einfach ab. Ei. Jetzt, jetzt macht das was ich wirklich vom Acker. Ja, logisch. Ist ja Sinn und Zweck der Übung. Also, das Feuer zeckt mehr rein als... Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Was haben wir denn hier noch? Da haben wir nichts mehr. Hier liegt noch einer. Okay. Aber hier war doch noch ein Schatz. Ach, da. Genau vor mir. Schwuppdiwupp. Jawohl. Schon wieder ein Dreizack. Den Dreizack vom Poseidon hätte ich gerne. Ja, den hätte ich gerne. So. Dann müssen wir dorthin. Einfach geradeaus. Welches habe ich? Okay. Entscheiden wir gleich, welches ich benutze. Nee, den will ich nicht. So. Okay. Nehmen wir alles... Was ist das? Das ist ein Longhorn. Aber bringt mir das was? Nee, anscheinend nicht. Äh, wo ist denn? Okay. Was ist das? Eine Stadt oder... Keine Ahnung, was das ist. Klar, ist das eine Insel, logisch. Mann. Ich weiß es ja nicht, ob da eine Stadt ist oder ob das, äh... Athener... ...ein Fragezeichen ist. Naja, würde ich ja jetzt merken, wenn ich da unten reingehe. Tempel der Athene... Sik... 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 Skiaris. Okay. Also hier darf ich rein. So, wo ist das Fragezeichen? Äh, hallo? Oder war das das Fragezeichen? Aha. Okay. Achso, das war nur ein... Ah, okay. Da, das ist das kleine Ding. Sieht mich da jemand? Oh ja, oh ja. Okay. Hier sieht mich auch jeder. Na gut. Dann erstmal... ...dein. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Was ist los? Fehlt dir was? Mhm. Da hinten ist auch irgendetwas. Ja, du meinst ja, auf so, 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 so... ...so Inseln, da lebt keiner, aber... ...es ist ja eine riesen Brunnen genommen, eine große Insel. Ja. Aber das begreif' ich nicht mit meinem Großstadt-Hirn. Oh, 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 oh. Nein. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Nun, okay, doch. Oh, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hm. Gucken wir mal, bestimmt jetzt... ...habe ich mir gedacht. Ein Riesenlöwe. Nee. Okay. Aber das ist doch eine Höhle. Das ist doch garantiert nicht an sich. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Oh, eine antike Stähle. Okay. Mhm. Können durchziehen. Was dat? Nein, nicht die Fackel. Ihn. Genau. Die Fackel interessiert mich nicht. Oh, Mann. Ihr habt das zu fressen. So. Ihr könnt dann haben. So. Und die antike Stähle. Okay. Zwei Stück. Scheiße. Na, der kommt raus, ja. Der kommt raus. Wenn der drin bleibt, ist das ja nicht schlecht. Okay. Ja, war klar. War echt klar. Dann lass ich den erst tue, wie ich, falls der mich sieht. Mich sieht. Okay. Aha. Scheiße. Geht auch... Achso, kann ja nicht gehen. Ähm... Ähm... Ja, ja. Äh... Trottel. Ei. Ja, ja, ich komm ja schon. Warte. Nein, 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 nein. Oh. Ja. 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 Aua. Wat? Ho, 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 ho. Ja, wunderbar. Schön lang durchziehen. Dann passt das. Ja. So. Jetzt haben wir hier wieder eine... ...antike Stähle. Ja. Was war das? Ich geh mal hier durch. Nein, 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 okay. Aber ich muss wieder aufpassen. Scharlangen. Geschlingelt dich. Schlangen. Okay. Da ließ das schon die erste. Aber und? Hm. Kannst du mal etwas höher ansetzen, dann passt das auch. Zack. Okay. Hier aufpassen. Und aufpassen muss ich hier, du. Okay. Da ist nix. Ja. Okay. Mach ich schon mal an, dann weiß ich, dass ich da war. Da sieht das danach aus. Aber ich komm nicht einfach da ran. Hm. Nee. Ich könnte doch da die Steine einfach beiseiteräumen. Ja, das ist sie. Da ist sie. Aber da kommt Marzpulver. Okay. So, da wollen wir mal weiter gucken. Ja, aufpassen hier. Okay. Ja, gucken, ob hier Löcher in der Decke sind. Okay. Hier ist keine Schlange. Ja, bis jetzt läuft es ja. Würde ich sagen. Ah. Oh, Alter. Ja. Oh, 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 oh. Ich habe mich selbst angezündet, ey. Nein. Passiert schon. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Okay. Aber ich höre doch wieder Schalangen. Ja, zetttischen. Tss. Oder doch nicht. Wer weiß. Schönen guten Abend. Okay. Okay. Ich gehe hier lang. So, dann gehen wir hier rum. Kannst du einfach mal da runter gehen? Okay. Da ist eine Schlange. Genau. Ja, 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 ja. Das wird nicht die letzte gewesen sein. Das wird nicht die letzte gewesen sein. Da drin ist doch schon wieder eine. Ja, sicher. Oh. Wow. Da oben ist eine. Die hängt aber in der Luft. Aber ganz schön in der Luft. Das sage ich dir. Das ist ja da. Sag ich doch. Was die für eine Power haben. Die machen sogar die Dinger kaputt. Ja, ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch nicht sicher. Okay. Okay. Was ist hier? Nichts Besonderes. Da ist noch eine. Genau. Auch weg mit dem Vieh. Ja, die machen ziemlich viel Damage. Machen die. Ja. Wo? Da! Ich dachte, die hätte ich erwischt. Aber nein. Sag mal, was soll das denn jetzt? So. Brenn. Die brennt nicht. Oder ist sie jetzt schon... Ist sie tot? Oder ist sie nicht tot? Alter, guckt ihr da ran? Guckt ihr das an? Ist das nicht geil? Ist doch geil, oder? Na, so sieht man es besser. Jawohl. Da machen wir ein Foto von. Aber so weit von leicht. Ja. Gespeichert. Wunderbar. Ist ja wohl irre, ey. Moment. Da ist doch, sag ich doch. Da ist noch so ein Vieh, ey. Och. Wieso? So. Zack. Ist hier noch eine? Du sollst. Du sollst. Ist egal. Okay. Dann können wir jetzt hier uns vom Acker machen, ey. Weil das ist fertig. Das ist fertig. Und die ist fertig. Okay. So. Von rechts sind wir gekommen. Ja, eindeutig. Achso. Brennt. Moment. Hier ist keine. Moment. Irgendwas. Okay. Da kann man durch. Da kann ich auch durch. Und da auch. Also an drei Stellen kann ich hier durch. Was ist das hier? Kann ich die verschieben oder so weit? Und da passiert da weit? Anscheinend nicht. Guck mal hier durch. Ei, 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 ei. Oh. Duck dich mal. Nee, das geht nicht. Nein, geht auch nicht. Jetzt weiß ich nicht, ob da was drin ist oder nicht. Ich will da jetzt nicht einfach so reinlatschen und da ist nichts. Was würde ich eben machen? Da müsste doch gehen, oder? Ja. Genau. Speichern. Hier ist rein gar nichts. Außer die Schlangen. Klar. So. Und hier drüben? Da ist was. Okay. Schon wieder so eine schwere Waffe. So. Und jetzt kann ich hier noch rein. Noch haben wir die antike Stähle ja nicht. Ey. Ja. Glaubst du und ich nicht, du. Kleines Misty. Beim Verbrennen noch, ey. Leckofan, ey. Aha. Okay. Okay, hier war ich auf jeden Fall noch nicht, sonst wäre hier noch kein Loot mehr. Ohohohohoho. So. Zack. Ende Gelände. Okay. Aber irgendwo muss ja diese antike Steele sein um da hinzukommen Ah, ja, 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 ja Hm Ich geh mal höher hier aber ich will ja eigentlich nicht höher Oder ich muss höher Nee, hier war ich noch nicht Nein Da oben sind wir noch in die Decke da drin, da rein Komme ich aber nicht durch Aha Okay Na, sind die Schlangen oder sind die keine? Okay Wir gucken mal Nein Aha Nein Moment Moment Mal Ringsrum Ja, nachher gehe ich da unten rein Ich könnte zwar jetzt wieder speichern, aber Das wird No risk, no fun, ne? Das sagt man immer Ja Okay, hier ist keine Schlange mehr drin Hoffe ich jetzt mal Jetzt renne ich einfach blind rein und Ja Ja Okay 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 Okay, was ist das für zierter Stab? Von einem König oder irgend so was? Kann ja wirklich sein Ne So Dann haben wir hier Einen schönen Einen Bogen Schönen Und jetzt haben wir hier noch die Stähle Ah Herrlich Ja, also Ich muss überall noch mal hin Und mal rein Und absolut Das ist ja Wahnsinn Da habe ich ja einiges übersehen Aber sowas von Na sauber So Mykänisches Grab Der Eiers Ja, die Eiers Die Eiers Und Tollas Und so So Hier werden wir Danke Gut, gut gemacht Geh runter Okay Ähm Moment Bin ich von hier gekommen? Ne Ich bin von hier gekommen Ich sag ja Ich verlaufe hier in der Telefonzelle Also hier war ich auch noch nicht Doch Von hier bin ich reingekommen Ja, müsste ich Weil da habe ich ja gesagt So einfach wird man da nicht drankommen Ja Ja Ist ja nicht so Dass ich gar nichts kann Halleluja So Tschüss Okidoki So Leute Was? Achso Ja Leute Das war es erstmal fürs Erste Und Denkt dran Daumen nach oben Abonnieren Und Schreiben Bis zur nächsten Folge Bye bye Tschüss 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 Tschüss